Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Nein-Folge Super Mario Odyssey. Wir sind ja in der letzten Folge hier ins Mondland gekommen und heute werden wir den finalen Bosskampf machen. Dann haben wir Super Mario Odyssey offiziell durchgespielt, aber es gibt danach noch drei Länder, die wir besuchen werden. Oh, da steht einfach so ein Mond in der Luft. Hä? Das ist ja komisch. Aber das ist genauso abgemacht, dass man von da oben mit dem Long Jump hier runterspringt. Wahrscheinlich. Da oben sind auch noch ein Lila Coins. Und da auch noch. Man sieht hier richtig viele. Weiter geht's. Münzen. Und Lila Coins. Oh, das ist ja ein riesiges 2D-Ding. Das müssen wir unbedingt mal anschauen. Ich habe ja eine Lila Coins vergessen. Oh, so ganz 2D ist man richtig leicht. Oh, das war gerade richtig knapp. Kling, kling, kling. Ah. Oh, das war gerade richtig knapp. An der Steilwand. Und da oben muss man, glaube ich, hin. Oha. Juhu, Lila Coins. Und dann können wir auch schon zurück. Jetzt gehen wir mal hier weiter. Ein sehr guter Triple Jump. Und dann können wir auch so diesen Lila Coins. Was ist denn eigentlich mit... Das für diese Viecher. Das sind irgendwie so ähnliche Dinger wie im Küstenland. Diese Dings. Mal gucken, ob wir sie besiegen können. Juhu. Ja, das ist ziemlich easy. Mann, ey, Mann. Das dauert ja richtig lange, bis man wieder runterkommt. Ich glaube, man braucht diese Blumen, um da hinzukommen. Ja, wirklich, tatsächlich. Oha, was ist hier drin? Nein, 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 jetzt nicht. Ah, sehr gut. Ein Mond. Platzdroh an der Klippe. Oh. Oh. Da. Ah, da sind Lila Coins. Cool. Und dann nimm ich mir wieder eine Blume und geh zurück. Nein. Alter. Oha. Es war eine richtig krasse Rettung. Es war eine richtig krasse Rettung. Oh, das hätte richtig schlimm ausgehen können. So, hier kann man auch unterspringen oder hier runterlaufen. Nicht nur die Springenvariante, aber zuerst gehen wir hier hin. Das ist so viel, das brauchen wir nicht besiegen. Ist hier noch irgendwas? Ja, nur oben. Cool. Hui, da muss man, glaube ich, einen Lohnscham. Nein. Man muss einen Longjump machen. Nein. Ja, Longjump. Man hätte es mit einem Longjump machen müssen. Ja, perfekt. Diesmal schaffen wir es. Juhu. Noch ein Mond. Puppenjagd auf dem Mond. So, wir springen jetzt mal hier runter. Ihr könnt es eigentlich auch von mir machen. Von hier machen. Ohne Blumen. Oha, richtig viel. Da ist ja kein Zuge. Oh, da oben. Natürlich schon. Aber man kommt da, glaube ich, muss da einfach hin. Also, es gibt ein, eine, eine, eine Möglichkeit, da von der Sphinx, von Günther Sphinx hier hochzukommen. Aber, ich habe, ich habe es bisher noch nie geschafft. Und das muss auf jeden Fall so machen. Dann so. Und dann irgendwie so. Und dann kommt man hoch. Aber ich habe es noch nicht geschafft. Und mir fällt gerade was auf. Vielleicht kriegen wir es hier hin. Okay, das machen wir dann vielleicht irgendwann mal anders. Aber wir können ja ihn mal fragen. Sei gegrüßt, Ralf. Solltest du dich derzeit wirklich mit den Beantworten von Fragen befassen? Nee, wir sollten den Bowser am Piech schieben. Sehr warm, ich habe da viele Antworten. Okay, wir können dich also erst nach dem Bosskampf fragen. Wie kommen wir eigentlich hier dann hoch? Hier gibt es auch keinen Weg oder so. Aber das ist nur eine Flagge. Null gewandt. Hey, vorsichtig. Dieses Loch ist unglaublich tief. Na, gucken. Ah, 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 oh nein. Wo kommen wir jetzt hier hin? Oha, was ist denn hier los? Oh, hier ist eine Bowser da zum grünes Dings. Ups. Oh, hier ist die fähig gerade Schwerkraft. Oh, hau, ist denn der Mond? Mond, geil! Unter der Bowser-Statue. Die andere hat aber sowas nicht. Man kann's auf die Speedrunner-Art machen, dann kann man hier über die Säulen. Aber ich mach's nur auf die normale Art. Und ich mach's nicht. Oh, hier ist die Knochen-Tropel. Ich geh weg. Ah, 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 ah. Ich geh weg. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ich bleib am Fallen, ich bleib nie ab. Ich bleib mir ab. Ich bleib mir ab. Ich bleib mir ab. Ich bleib mir ab. Ich hab's nicht getroffen. Oh. Ja, ja. Das ist sehr lang. Oh, wir brauchen doch noch ein Knochen-Tropel. Oh, süß. Oh, da nimmt einer. Okay, ich geh riesig. Okay. Ich muss es nochmal machen. Ich hab, als ich das hier das erste Mal gespielt hab, Stunden gebraucht, bis ich es geschafft hab. Warum müssen die da immer herumstehen? Ich muss die ganze Zeit schütteln, damit er nicht guter geht. Hä? Hä, wie geht das denn? Oh nein, die Lava soll wieder weggehen. Oh nein, nicht du noch! Vorsichtig, vorsichtig! Ja, ich hab alle! Ich hab die Panzerkammer. Die Panzerkammer ist wenigstens. So, hier haben wir einen noch getroffen. Was ist eigentlich das da? Äh? Hä, guck mal, das weiß ich selber nicht. Egal. Geh dir mal weiter. Oh! Ein Herz, okay. Das muss ich gleich noch aufgehen. Ah, da haben wir diese Klappern los! Die Ruhe! Nein, 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 nein! Wicht, 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 wicht! Helfen, wicht, wicht! Ah, das andere kann hier nicht so... Das ist der Wandel hier. Oha, das wird jetzt nicht zuschliessen. Oh. Wie viele Pfeffert sind. Na, das ist die Streichs- Oh, ja! Oh na, das ist ein Niemals. Kann ich dir nicht mehr? Oh, du bist ein Steiltes auf die Dive denn? Oh nein. Ah! Oh, das ist auch so... Oh, das ist nicht so... Das ist der Fall. Oh, wieder kurz. Ich werde noch gar keine Zeit verpassen. Sehr gut, Schatz. Aua! Jetzt! Alter, ich hab grad wirklich gedacht ich würde sterben. Ich muss jetzt hier irgendein Herz herbekommen. Den gibt es auf jeden Fall, das weiß ich. Mann! Oh, Alter. Ich habe wirklich gedacht, ich würde sterben. Und die Höhe würde nicht ausreichen. Oha. Aber der ist einfach. Den kaperst du. Ich mag hier Musik. Oh! Geil! Wir können uns wieder heilen. Ein Mond. Und den hatte ich ganz früher mal. Überhaupt gar nicht. Gecheckt habe ich noch nie. Habe ich irgendwie gar nicht gesehen. Und den habe ich erst ganz spät hier gefunden. Wieder ein großer. Es gibt hier so einen richtig geilen Trick. Wenn du... Na, Mist. Oh! Lila kurz. Cool. Na, komm her. Komm her. Ah, du bist mit dem Kleinen. Oh, nee. Oh, nee. Guck's. Ich muss eben jetzt da hin, komm her hin. Genau, es gibt nämlich einen Trick, da kannst du nämlich das hier überspringen. Das ist voll schwer. Nein! Jetzt sind wir halt wieder hier, aber es macht nix. Nein, nein, nein! Nein! Warum? Ich schneid's für euch. So Leute, jetzt bin ich durch. Und jetzt sind wir hier. Oh, hier! Ich bin ja auf jeden Fall so ein Röntgenbrück. Dem kann ich jetzt im Moment noch nix machen. Ich glaube, ich muss das erste Mal aufmachen. Oh, da hat man ganz kurz den Weg gelegt. Amma hat dann aber nur ne begrenzte Zeit. Also ich kann auf jeden Fall nur, ich kann auf jeden Fall zu dem Gliederkreuz springen. Da, da bin ich auf jeden Fall sicher. Und dann kann ich eigentlich einfach so springen. Eigentlich ist das voll einfach. Man kann's auch schaffen, da ohne den Knopf da zu drücken, so zu springen. Aber das ist richtig schwer. Ich hab's schon mal geschafft, aber... Ja, das ist ziemlich schwer. Ja. Ah, und? Ich wollte... Ah, ich glaub, ich mach's. Oh Mann, soll ich jetzt wieder zurückkommen? Ich probier's noch nicht. Ich hätte wohl irgendwie wohl dann... Nein. Okay, ich spawne... So, da hinten. Also ist es ganz praktisch, oder? Ah, sehr gut. Das ist richtig. Denn es gibt... Das ist ganz am Anfang, glaub ich. Nämlich da. Oh Mist. Da, ganz da hinten, die ist... Da hinten, gibt's so ein Ding, den ich glaub, dass... ...dass wir uns mal mit ihm hier erreichen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob's der ist oder andere, aber ich glaub, es ist der. Ah ja, es ist der. Genau, das ist voll geil. Weil der ist einfach so im Mond. Flug zur Schatztruhe und zurück. Hä, wie denn zurück? Ah, genau. Das ist voll cool. Wuhu! Jetzt geh ich noch einmal hin. Oh! Nicht nur überspring ich das einfach. Und dann verdient ich. Ist dann voll einfach. Und jetzt können wir... Ja. Und der nächste Stage. Und da oben ist dann der Boss. Alter, der ist so schwer, für den hab ich so ewig gebraucht. Aber es gibt... Es gibt einen richtig Eindruck. Okay. Y hält jetzt noch eingreifen los. Okay. Cool. Ah, der hat man nicht aufgelassen. Oh. Oh, der ist ein Lila. Kein! Mensch! Ich glaub, da kann ich einfach so rüber. Ich denke, das ist aber nicht so schnell. Genau. Sehr gut. Hier kann ich dann einmal ganz. Ich muss manchmal ein kleines bisschen fragilisieren. Aber ich mag das wirklich sehr gut. Aber ich mag das wirklich sehr gut. Aber ich mag das wirklich sehr gut. Weil ich mag das noch nie. Das ist wirklich perfekt. Ich hab ihn einfach so mal so gut getötet. Oh ja. Oh nein. Jetzt kommt der Bosskampf. Der Schrecklichste der Welt. Soll ihn wieder sehen. Jetzt kommt nur noch ein Bedenkampf nach. idades謀IST Hih'sse! Jetzt kommt Achtung! So, jetzt hat er richtig, richtig Achtung Autsch Okay, geht's weiter Okay, es sieht sehr gut aus Es sieht sehr gut aus Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so schnell schaffe Krass Aua Und man bekommt nur Münzen Münzen für diesen ultra schweren Bosskampf Das ist so gemein von Nintendo Ich war damals so enttäuscht, als ich nur diese Münzen einsammeln konnte Und dann, ich hatte nur ein Leben Und dann habe ich mich an dieser Fackel verbrannt Ich musste es nochmal machen Und eigentlich wollte ich daraus ein Herz bekommen Aber ich habe mich da verbrannt und bin dann nochmal gestorben Und musste das nochmal machen Es war so frustrierend Oh, wir sind wieder auf dem Mond Oh, da unten steht die Sphinx Das heißt, wir sind oben Münzen Mario wird ein Millionär Der ewige Wiebel Der ewige Wiebel Der ist doch gar nicht ewig Schnell! Oh! Das war fast richtig knapp Ja, ich beeile mich, Käppi! Äh, ich will nur diesen Stein wegkicken Wahrscheinlich hat das was anderes Nein, nicht weiter rollen, nicht weiter rollen Oha, ein Felix ist jetzt geil! Oha, ein Felix ist jetzt geil! Mal gucken, was das außenrum hier geht Kann man da drauf auf die Kirche? Oh, da sind ein Frosche mit denen Soll man wahrscheinlich auf die Kirche bringen Oder... Ich weiß, was ich sein soll Ich verzeichne es als Kirche Oh, da glitzert etwas unter Das sind Katzen-Mario und... Äh... Katzen-Peach Münzen Und ein Herz Also eigentlich nur... Nein! Das muss ich nochmal Neger Ich mach's mal ohne Das geht nämlich auch Da vorne hab ich etwas glitzern gesehen Da ist extra so ne Blatt dran Da kann man sie wahrscheinlich draufstellen Mann! Ein Mond! Happy sagt immer so Happy! Auf der weißen Spitze Wunschnell So Ah, ich wollte ja heut noch den Bosskampf machen Hallo Wo ist denn die Whisicht ab Origin-Mario? Dann krieg ich nicht zugeben Dich min Wow nicht heiraten hier ist noch ein Mond oben im Gebälk Oh nein alle müssen hier sein gerade noch rechtzeitig Oh nein, oh nein, oh nein ich muss extra herkommen um sie zu retten das ist lustig eigentlich möchte ich jetzt gerne nach Hause gehen aber sie müssen auf Wasser zu fehlen hier sein Wasser ist nämlich allgemein um 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 Was? Warum lachst du so, Bowser? Oh nein! Nein! Ahhhh! Findet hier der... Lang erwartete Bowser kam statt. Oh nein! Du willst dich Hochzeit platzen lassen, Mario? Das ist schämen. Du solltest dich schämen. Darüber hinaus bist du nicht schick genug angezogen. Aber das ist auch egal, denn du bist NICHT EINGELADEN! Oh, du machst jetzt mal den Braustrauß und fliegst raus! Klick! Mach dir noch mal so fast! Da hast du deine... Bläschen! Zeig! Oh! Ich glaub wir müssen dich in den Karpern oder so. Oh nein! Wir müssen Bowser unbedingt boxen! Oh! Oh! Kaputt, kaputt, kaputt! Denk, 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 denk! Oh! Ah! Ah! Aua! Nein! Er kommt jetzt los. Er ist echt gut. O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o! Schnell, du bist zuatzt! Oh nein, nein! Die grauen vollste attacke! Ganz super! Mario Odyssey. Nämlich die hier. Nein! Nein! Mann! Warum? Hä? Warum bringe ich den Hut nicht? Ja, stop! Hä? Was? Ich hatte doch den Hut! Mann! Nein! Oh! Die kann man nicht, die kann man nicht glauben! Okay! Zweimal! Was? Oh nein! Es gibt mehr Teufel-Attacken! Oh nein, es gibt wieder die Krise-Attacken! Nein. Boah, wieviel儀ütekraft denn noch? Nein. Wohin muss, war das Wohin muss, war das gut? Ah! Nein, jetzt! Warum? Wir schaffen es nicht. Oder doch? Den kann ich so machen. Aber hoffentlich dann... Da muss noch der Wich voll eingreifen. Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber! Jetzt müssen wir es entträgen. Jetzt dürfen wir Pauzer nicht davon kommen lassen. Sonst müssen wir alles nochmal machen. Oh! Oh, Slalom laufen. Jetzt, jetzt kriegen wir es, müssen wir es kriegen. Jetzt aber! Oh! Geschafft! Oh! 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 ω! Peach ist erlöst! atau cuando la pHeose, se jemand da invade. eventually Ich mach das so! Oh, oh, und Bowser so, äh, und Peach so, oh, yes! Oh, nein! Was passiert jetzt? Oh, so schlägt der Mann auch jetzt. Oh, nein! Peach! Ah! Oh, sind wir jetzt? Oh, nein, geht das, ja, und Peach gut? Oh, Mist! Ich weiße, Boden fällt! Was sollen wir tun? Kann ich irgendwas kapern hier? Irgendwas? Ich kann Bowser kapern? Oha! Das wusste ich gar nicht. Oha! Ja! Alte Mario-Spiele! Und Bowser! Und Peach! Oh! Mario? Haha, Bowser sieht lustig aus mit Schnurrbart. Hi! Juhu! Oh nein! Die ganzen Blöcke fallen nicht immer drauf, wenn das so geht. So. Wie geht's hier weiter? Nein! Ähm... Oh nein! Ich denke, es kommt gleich wieder. Oh, heiß! Ich bin in 2D-Faust. Oh, war das gar nicht so einfach. Nein! Nein, nein, nein! Oh, der Boden geht dann kaputt. Oh mein, wir müssen uns richtig beeilen. Nein! Schnell! Nein! Nein, nein, nein! Nein! Oh, ich bin einmal falsch gesprungen! Nein, 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 nein! Und das kriegen wir jetzt aber hin. Ich bin in 2D-Faust. Ich bin in 3D-Faust. Ich bin in 3D-Faust. Ich bin in 3D-Faust. So, die haben wir sechs. Ich mag jetzt nicht mehr so. So, jetzt haben wir schon mal versucht. Oh, eine Wand, eine Wand, eine Wand! Wir müssen sie kaputt machen, unbedingt! Jetzt kommt eine coole Musik. Ich will mich schon mal vorfeuern. Das sieht aus, wir haben es fast geschafft. Das ist so cool, aber nicht so. Das ist so cool. Und jetzt ist es so schön. Ich bin zu schlauern. Ich bin zu schlauern. Ich bin zu schlauern. Ich bin zu schlauern. Ich bin zu schlauern und zu schlauern. Dass ich nicht so schön schlauern. Niko, wieso muss ich alles verbunden haben? Oh, Nintendo! Oh Leute, ey. Ich kann nicht sehen. Ich kann nicht sehen. I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. Er hat sich die Leute zu sagen, dass er dann nicht mehr aus dem что-so angeht. Das war's für heute. Jetzt kommt wieder das gleiche. Ja, das ist fertig. Und hier war das Loch, wo ich dran reingefallen bin. Der ist nicht so gemein. Oh nein, nein, nein. Ich hab alles zusammen. Ich hab alles zusammen. Ich hab alles zusammen. So. Ja. Wir haben es gleich geschafft. Wir müssen hier noch ein bisschen Strom gleich kapern. Und hier haben Super Mario die Show offiziell durchgespielt. Oh, es gibt jetzt noch drei Länder, die wir entdecken können. Und Peach schwebt so ganz gleich dahin. Oh nein. Oh nein! Oh wow... Bom dia! Baw bannk Humã Wasp denn? Wasp denn? Ich bin der YouTube. So in mir, das war's. Ich bin da. Das war Super Mario Odyssey von Nintendo. Bekommend gegen Series von James Wendel. Es wird ziemlich cool. Die ganzen Länder wurde ich sehen. Zwischenland, Kevin, Putlan und Captain Toad. Ich habe auch gesehen. Und viele andere Tage. So wird er ausgehen. Bostland. Anja Pflanz. Inseland. Schnix. Cindy Rudolph. JW Spider. Bowser einmal. Also, Bowser may die Heimat. Hier, wo der Pu Sterling gefangen wurde... ... của Diosよね. Wir haben ganz viel, 20 Monde und Paulina hat sehr gut geflogen. Mario hat mitgetanzt und ist Taxi gefahren. Und alle City haben ein ziemlich tolles Festival gefeiert. Im Küstenland gab es das Edelwasser, die Schnecken und die Volleyball und der Shop, der unterwegs war. Im Polarland gab es die großen und grauen Trieb. Und diese lustigen Dings, ich habe mich wirklich vergessen mit den Namen. Im Schlemmerland gab es die Gabel und die Hotheads. Und ruhig und dem seltsamen Po. Im Schlemmerland ist die abgeschüttet. Ich wusste, wie wir mit dem Drachen kämpfen. Als wir durchsiegt hatten, kam wir ins Bauserland. Und wir haben mit dem großen Roboter gescheitert. Und... Kamen jetzt. Und bei mir, wie die Tudor war, sind die Chester aus. Mit großer Flucht, bei der wir ein paar Mal gescheitert sind, kam auch noch dazu. Aber jetzt sind wir... ...wieder weggereicht. Aber... ...wohin... ...wissen wir noch nicht. Danke fürs Spielen. Danke fürs Spielen. Danke fürs Spielen. Oha, sind hier die ganzen Mondquader in den Ländern auf, nur weil wir den großen Mondquader im Mondland besiegt haben? Oder kaputt gemacht haben? Ich denke schon. Oh, wir können zum Pilzkönigreich reisen. Und die Shops haben unendlich Monde. Und wir haben eine Musikliste. Cool, sieht das hier aus. Pilzkönigreich. Pilzpalast. Und ich sehe Luigi, da hinten, da ist Luigi. Wir können Luigi's Ballonjagd nun spielen. So ruhig, so friedlich, als wäre unsere Reise zum Mondland nur ein Traum gewesen. Ah, zum Glück war das alles kein Traum, denn wir haben unsere lieben Freundinnen, die auch einen Peach gerettet. Juhu. Dieser Albtraum ist jedenfalls vorbei. Und ich habe unsere Reisen total genossen und ich möchte nicht, dass alles schon zu Ende ist. Es gibt noch so viel zu tun, so viel nicht. Ja, Mude wieder. Ich wette, wenn wir noch mehr Power-Mode sammeln, können wir zu einem neuen Ort reisen. Und unsere Reise ist also noch längst nicht vorbei. Hurra. Lass uns erstmal einmal in den Pilzpalast gehen. Ja Leute, das werden wir in der nächsten Folge machen, denn wir haben schon eine Dreiviertelstunde Folge. Das ist eine Spezialfolge und auf jeden Fall werden wir in der nächsten Folge zum Pilzpalast gehen. Danke fürs Zuschauen, zum Schauen, dass ihr immer mitgeguckt habt. Das freut mich sehr. Wir haben hier einen Samen. Können wir einpflanzen für das neue Video. Wo, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall freue ich mich, dass wir jetzt Bowser besiegt haben und der uns nicht mehr in die Quere kommen wird. Tschüss, bis zum nächsten Video. Ja.